Ui, dann machen wir noch mal eine Umdommel. Wir stürzen uns gleich auf das nächste Atari-Spiel. Ich meine, es ist aus 82. Von der Galerie ist kaum erkennt, wir stehen jetzt gleich im Spiel, weil es genauer rauskam. Äh, ja, Gravita, Gravita, lege ich das auch nicht, nein, Gravita, Gravita, keine Ahnung. Äh, ja, wir sehen, das ist das selbst und, ja, wir starten einfach mal. So, hier ist erstmal nichts zu sehen, aber wir haben hier eine Demo angezeigt. Der Rego wird ja da nochmal, äh, äh, das Copyright angezeigt, aber es tut es leider nicht, oder? Mhm. Äh, hier steht nichts. Wenn das rausgekommen ist. Ich meine, es war 82, um daraus gelesen zu haben, das war halt zu verpixelt und das wirklich. Ja, also wenn wir starten, das einfach mal. Mal gucken, wie das geht hier. Schon da, ach, das hier ist. Oh, ach, wir sind die Dinger, also wir haben jetzt Anziehungspläne. Okay. Schauen wir uns ganz gut ab. Köln Köln 8 Köln 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 Sie hatten Köln 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 Ha Ich bin schlossen so geht es nicht nein, da gebe ich Schub auch noch, ich trottel ja, kein Ufer ja, mit Recht alles klar, haben nichts geschafft nicht, nur mal gesehen zu haben, alles klar ja, dann, das war wieder eine kurze Folge ja, wird es ja irgendwann besser weiß man weiß tja, mit sowas hat man sich aber älgern müssen in den 80ern alles klar habt ihr wohl und ja, wir machen noch eine Folge mal gucken, was dann kommt ciao, bis zum nächsten